Soweit Robert Habeck und wir analysieren jetzt gemeinsam, was das Ganze heißt. Und mir zugeschaltet ist Claudia Kempfert, Energieökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Tag nach Berlin. Guten Tag, ich grüße Sie. Frau Kempfert, wir haben jetzt Herrn Habeck gehört, der Bundeswirtschaftsminister spricht von einer sehr bedeutenden Einigung mit der EU für die künftige Wasserstoffstrategie. Ist das jetzt wirklich etwas, was den Kohleausstieg rettet und auch die Energieversorgung sichert? Also ich würde es auch so sehen, dass es ein wichtiger Schritt ist. Wir brauchen ja in der Tat in einigen Jahren eben solche Kraftwerke, die emissionsfrei sind. Im Moment laufen die Gaskraftwerke ja noch mit fossilem Erdgas. Das heißt, davon muss man ja schrittweise auch weg. Und erneuerbare Energien werden immer weiter zugebaut. Und dann gibt es diese Schwankungen, die ausgeglichen werden müssen. Jetzt ging es ja darum, dass diese Ausschreibungen dann auch beihilferechtlich genehmigt sind. Und man hier einen Weg gefunden hat, dass diese Ausschreibungen jetzt auch europarechtlich möglich sind. Und dieser Weg ist auch aus meiner Sicht tatsächlich sinnvoll. Sie sagen es beihilferechtlich, es geht da um große Subventionen auch. Und die EU steht ja auf dem Standpunkt, es kann keine Subventionen geben für das klimaschädliche Verbrennen von Erdgas. Also nur Subventionen tatsächlich für Wasserstoffkraftwerke. Ist das denn realistisch, auch was der Minister beschrieben hat, dass bis zum Jahr 2035 alle umgerüstet sind? Und die ganzen neuen, die gebaut werden, auch alle mit Wasserstoff betrieben werden? Wichtig ist in der Tat, damit es realistisch wird, dass der Wasserstoffhochlauf jetzt beginnt. Man braucht dafür eine neue Infrastruktur. Man braucht dafür erstmal Wasserstoff. Der muss hergestellt werden mit Ökostrom und Wasser. Das heißt, da gibt es ja jetzt erstmal erste Pilotkraftwerke und die Infrastruktur muss aufgebaut werden. Der Wasserstoffbezug muss auch stattfinden. Das heißt, da gilt es jetzt entsprechend auch Wege zu finden und auch Möglichkeiten zu schaffen. Das ist möglich und kann auch möglich werden, wenn man jetzt endlich beginnt und den Hochlauf auch startet und nicht noch weiter diskutiert oder weiter eben verzögert, was ja in der Vergangenheit eher stattfand. Das heißt, hier gilt es jetzt tatsächlich neue Wege zu beschreiten und dann kann es auch tatsächlich möglich werden. Ich sehe bei Ihnen noch ein bisschen Skepsis, aber es ist möglich, sagen Sie zumindest. Schauen wir mal auf den Wasserstoff, den wir da beziehen. Die Bundesregierung hat ja klar gemacht, auch blauer Wasserstoff könne zum Einsatz kommen. Minister Habeck hat das auch heute nochmal betont. Das gelte auch für die Kraftwerke. Ist das nicht einigermaßen absurd? Blauen Wasserstoff, hergestellt aus Erdgas, dann in Wasserstoffkraftwerken zu betreiben, um dort das Erdgas zu ersetzen? Genau, das ist so absurd, wie Sie es gerade beschreiben. Denn dadurch steigen die Emissionen nochmal mehr. Man will die Emissionen eben verpressen, das muss man dazu sagen. Aber es ist wirklich absurd und auch energiewirtschaftlich unsinnig, das so zu machen. Es ist sehr ineffizient, denn man verliert ja sehr viel Energie in diesem ganzen Prozess. Das heißt, es wäre dann sogar besser, man würde das Erdgas dann direkt nutzen. Also da gilt es wirklich, das zu verhindern. Wir werben sehr stark dafür, eben keinen blauen Wasserstoff zu importieren, sondern nur grünen Wasserstoff, der mit Ökostrom hergestellt wird oder auch in diesem Land hergestellt wird. Dafür braucht man dann mehr Ökostrom, der auch schneller ausgebaut werden muss. Aber in der Tat werben wir sehr stark dafür, auf grünen Wasserstoff zu setzen, diesen auch nur zu importieren, auch auf Zertifizierungen zu setzen, dass man eben auch wirklich nachhaltigen grünen Wasserstoff importiert, der nicht noch zu sozialen Engpässen oder Wasserknappheiten in den entsprechenden Regionen führt, sondern wirklich grüner, echter grüner, nachhaltiger Wasserstoff ist. Grüner Wasserstoff, Sie sprechen trotzdem ja auch die Importe an. Die Bundesregierung sagt ja etwa nur ein Drittel des Wasserstoffbedarfs könne man überhaupt im Inland produzieren, mit erneuerbaren Energien dann herstellen. Machen wir uns da eigentlich dann nicht erneut abhängig, wenn wir jetzt wieder einen Energieträger in großem Umfang importieren? Auch bei dem Wasserstoff geht es ja um Importländer aus Afrika, aus Süd- und Osteuropa. Also wie abhängig sind wir dann künftig eigentlich? Ja, also eine gewisse Abhängigkeit wird es dann geben. Da muss man wirklich schauen, woher bezieht man den Wasserstoff und da auch kluge Kooperationen wählen, die dann von vornherein auch festlegen, dass geostrategische Streitigkeiten da minimiert werden können. Aber der Dreh- und Angelpunkt ist eben der, dass man wirklich Energie einspart. Und je mehr Energie eingespart wird, desto weniger Wasserstoff müssen wir auch importieren. Das ist alles enorm aufwendig, energieaufwendig teuer, ja Wasserstoff auch herzustellen, ihn herzubringen, die Infrastrukturen auszubauen. Also da gilt es wirklich alles daran zu setzen, mehr Energie einzusparen auf allen Ebenen, damit wir auch tatsächlich weniger abhängig sind und auch geostrategisch hier weniger verletzlich letztendlich auf der Weltbühne. Und Wasserstoff, das muss man ja auch noch sagen, gilt ja so ein bisschen im Moment als Wundermittel gegen alles. Also es soll nicht nur die Kraftwerke klimaneutral machen, es soll auch unsere Heizungen modernisieren. Im Zweifelsfall soll es den Straßenverkehr umweltfreundlich gestalten. Wie realistisch halten Sie denn dieses Gesamtkonzept Wasserstoff, wo wir jetzt ja heute nur was zu den Kraftwerken gehört haben? Also Wasserstoff ist nicht das neue Öl und wir bezeichnen ihn immer oder ich als Champagner unter den Energieträgern. Er ist kostbar und nur etwas für besondere Anlässe. Sprich, dieser grüne nachhaltige Wasserstoff ist teuer, ist kostbar, sollte nur da zum Einsatz kommen, wo wir keine Alternativen haben, keine direkte elektrische Alternative, beispielsweise wie wir es ja haben im Mobilitätssektor oder auch im Wärmesektor, wo wir auf Wärmepumpen setzen können, auf andere Technologien setzen können. Im Mobilitätssektor haben wir die Elektromobilität oder auch andere Mobilitätsformen, die da eine Rolle spielen. Und da ist Wasserstoff einfach viel, viel zu teuer und auch viel zu kostbar. Das heißt, der Wasserstoff sollte wirklich nur da zum Einsatz kommen, wo wir keine Alternativen haben. Und das ist insbesondere im Industriebereich Teile des Schwerlastbereichs, gegebenenfalls auch der Flugverkehr und Schiffsverkehr. Das heißt, darauf sollte man sich auch konzentrieren, ihn da auch einsetzen und eben auch alles dafür tun, damit wir den Wasserstoff nicht verschwenden und die Formen oder die Möglichkeiten, wo wir es haben, auch auf Alternativen zu setzen, die eben nicht Wasserstoff bedeuten, das auch wirklich nutzen. Weil sonst ist es sehr, sehr ineffizient und auch sehr teuer. Sagt Claudia Kempfert, Energieökonomin. Besten Dank. Danke Ihnen.